Der Winter ist noch nicht vorbei und alle Wettermodelle zeigen, dass es am Wochenende bei uns kälter wird. Möglicherweise auch mit Schnee und möglicherweise auch mit Schnee ganz weit runter. Erstmal haben wir noch die südwestliche Strömung am Mittwoch. Der Wind dreht dann am Donnerstag schon auf Nordwest und am Freitag und zum Wochenende auf Nord bis Nordost. Und damit kommt eben Kaltluft aus Skandinavien zu uns. Wir haben nur noch tagsüber knapp über 0 Grad und in den Nächten frostige Temperaturen. Und das zeigt dann auch der Trend für München. Wir starten ja diese Woche noch mit rund 16 Grad mit frühlingshaften Temperaturen. Und dann rutschen wir nach unten im Laufe der Woche und am Wochenende, Anfang kommender Woche, nur noch wenig über 0 Grad tagsüber. Und das ist die Linie des langjährigen Durchschnitts. Da liegen wir erst ein ganzes Stück drüber und am Wochenende dann doch einige gerade drunter. So haben wir am Mittwoch noch Höchsttemperaturen von 8 bis 15 Grad. Und das Wetter dazu ist erstmal ganz freundlich. Es gibt allerdings noch dichte Wolken mit etwas Regen im Nordosten. Und dann kommen neue Regenwolken aus Westen zu uns reingezogen. Und mit diesen Regenwolken werden wir das dann auch am Donnerstag zu tun haben. Das zieht sich hier diagonal über Deutschland hinweg. In diesem Streifen wird es wohl häufiger mal regnen. Auch im Südosten kann es ab und zu mal nass werden. Das freundlichste Wetter wahrscheinlich an den Küsten im Norden Deutschlands. Dort Temperaturen von 8, 9 Grad. Sonst geht es nochmal knapp in den zweistelligen Bereich bis 13 Grad entlang des Oberrheins. Am Freitag dann überall einstellige Temperaturen nur noch zwischen 5 und 9 Grad maximal. Die Nacht- und Morgenstunden sind dann schon so kalt, dass es dann auch zumindest in den höheren Lagen mal schneien kann. Hier besteht dann auch Glättegefahr auf den Straßen. Wir sehen auch hier an der Niederschlagsanimation, dass immer mehr Schnee in dem Regen mit drin ist. Und da können dann durchaus einige Zentimeter Schnee zusammenkommen. Am Wochenende geht es generell relativ kalt weiter. Überall Nachtfrost tagsüber nur noch wenig über 0 Grad. Und es kann zeitweise auch schneien. Im Norden baut sich wahrscheinlich ein Hoch auf. Und damit setzt sich von dort auch freundlicheres und trockeneres Wetter durch.